Das Alpenhotel Kronprinz, eingebettet in eine herrliche Naturlandschaft der Alpenkulisse, bietet Ihnen absolutes Traumambiente. Für uns ist es besonders wichtig, dass der Gast schon am Anreisetag merkt, dass er hier Urlaub machen darf. Wir bieten Wellnessanwendungen der Extraklasse. Massagen, Fußpflege oder vitalisierende Bäder. Wir bieten für jeden Geschmack etwas. Ein Morgen beginnt im Hotel Kronprinz mit einem gesunden und ballaststoffreichen Frühstück, sowie mit einem herzhaften Grüßgott unserer Mitarbeiter. Denn für uns ist Ihr Wohlbefinden Herzenssache. Die meisten unserer Gäste kommen uns auch wegen des großen Freizeitangebotes besuchen. Herzlich willkommen im Hotel Kronprinz. Untertitelung des ZDF, 2020